Hallo, jetzt kommen wir zurück zu Witcher 3, wo wir uns dem Ende der Haupthandlung von Blood and Wine langsam nähern. Sobald wir die nächste Aufgabe der Haupthandlung weiter verfolgen, gelangen wir allerdings an einem Punkt, wo wir das bis zum Ende hin verfolgen müssen. Und ähnlich wie damals, als wir Cirilla von der Nebelinste geholt haben, es Probleme geben könnte, dass wir einige Aufgaben nicht mehr abschließen können. Deswegen würde ich zumindest alle Aufgaben, die wir schon so weit haben, dass wir die nur noch abgeben müssen, würde ich jetzt eben noch diese Folge abschließen. Wenn da noch Zeit ist, vielleicht noch irgendwas anderes kleines nebenbei machen, sodass wir uns dann in der nächsten Folge darauf stürzen können. Ich glaube, also auf das stürzen können, mit meine ich auf das Ende der Haupthandlung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle Sachen, die wirklich davon bedroht werden, schon gemacht haben, aber ich bin lieber übervorsichtig und in das jetzt hier nur noch eine Folge abschließen, als dass ich das nachher bereue. So, das erste, was wir machen können, es ist mittlerweile eine Woche vergangen, von daher können wir mal zu Cian Fanelli gehen und uns unser Geld holen. Hier ist dein Geld, Herr. Und ein kleines Geschenk als Dank für deine Geduld. Diese Klinge ist der Rechenmeister. Sie hat meinen Arsch schon oft gerettet. Danke, Cian Fanelli. Wir sind quitt. Eins noch. Ich bitte um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Kein Problem. Dann sollten wir uns auch unser Porträt anschauen auf dem Markt. Oh, ist der Mann in dem Bild? Ah. Hallo. Gerald, wie gefällt dir unser Bild? Ist es nach deinem Geschmack? Das ist gut. Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, mehr Tlamotten angehabt zu haben, aber sonst ist gut. Es ist hübsch. Zeugt von viel Vorstellungskraft. Ich erinnere mich nicht, mich ausgezogen zu haben. Einige andere Details stimmen auch nicht ganz. Die Fantasie ist das wichtigste Werkzeug des Künstlers. Das habe ich schon mal von einem gewissen Barden gehört. Er verfeinert und erfindet hauptsächlich. Vielleicht willst du das Bild kaufen? Für dich trenne ich mich davon. Zu einem Sonderpreis. Klar. Warum nicht? Ist ein interessantes Andenken. Wenn auch kein Schnäppchen. Tja, es gibt nicht viele, die meine Technik zu würdigen wissen. Darum hungere ich bisweilen. Hm. Na schön. Wenigstens kann ich so bestimmen, wer ist sie. Genau das war meine Strategie auch gehört. Gut, dass wir uns da einig sind. Besser wir hängen es im Haus auf und nur Leute, die die reinlassen, sehen es, als wenn es in irgendeinem... Als wenn es noch in irgendeiner Ausstellung landet und wir uns ständig dann so fragen, Scheiße, unser Bild, wo wir komisch nackt auf dem Pferd in so einer seltsamen Pose sind, ist jetzt irgendwie draußen. So, ich wollte mir auch noch gerne in dieser Gegend hier umschauen. Mal erzählen, viel über dich. Denn als wir die Möglichkeit hatten, uns für unsere Soiree, die wir mit der Herzogin besucht haben, angemessen zu kleiden, wollte mich das für gute Klamotten hier in diese Gegend führen. Deswegen würde ich mal vermuten, dass er irgendwo noch ein Händler ist. Schneider. Tatsächlich. Bin mir sicher, warum er auf der Karte nicht erscheint. Hallo? Ja. Sacre bleu, was für ein Fetzen. Du kommst ganz offensichtlich aus dem Norden. Wie bitte? Keine Ausreden. Was du brauchst, ist eine neue Garderobe. Mein Salon steht dir offen. Bitte, komm rein. Genug der Stichelein. Zeig mir, was du anzubieten hast. Mit größtem Vergnügen, Herr. Hier hätten wir uns auch Klamotten kaufen können. Ich bin mal wieder zu geizig gewesen und dachte mir, ich nehme einfach unsere Hüftlinquams, was wir schon hatten. Prinzipiell hätten wir uns hier aber auch noch anders kleiden können. Eher in einem Toussaint-orientierten Stil. Gut, aber deswegen bin ich nicht hier. Ich muss noch ein paar Partien-Gwind kloppen. Ich bin nur für eine Partie-Gwind. So. Äh. Auch mal wieder ein Monster versuchen. Ja, versuchen wir es mal wieder. So. Jetzt haben wir zwei Vampire. Drei Mumen. Oh, wunderbar. Ach. Ach. Gut. Wenn du schieben willst, dann schieb. Und da würde das doch drin. Krasser Typ. Du musst aber noch einiges an Karten investieren. Hm? Mhm. Wie. So, da können wir mitgehen. Hm. 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 Wir wollen lieber ein Horn investieren, oder... Äh. Dings. All geht. Ich würde fast lieber ein Horn investieren. Hm. Hm. Wenn der Gegner will ein Treten mehr hat, sind wir so oder so tot. Oh. verbrennen, das ist natürlich auch nicht besonders schön. Ach, fuck. Ach, natürlich. Ja, mir kann es eine Scheiß-Szene wiederbeleben. Ja. Das ist sowas in der Fernkampfreihe spielen, Mann. Das fände ich wesentlich besser. Na, kommt er noch rüber? Ja. Nein. Oh. Knappes Ding. Knappes Ding. So. Okay, gehen wir mal wieder. So, eine Sache hatten wir noch. Nämlich ein bisschen Weinfäden. Sollten wir nochmal Liam und Matilda besuchen. Ich glaube, dafür besuchen wir erstmal irgendwo Schnellreise. Zum Beispiel haben wir einen Fassbenotor. Obwohl er gerade ein Blast ist näher. Gefällt dir hier? Gefällt dir hier? So, dann zum Bergerhardwein. Gut. Gut, sie wollten nehmen wir noch was von uns. Wir waren schon mal bei denen. Haben gesagt, dass sie alle Probleme gelöst haben und so. Aber die meinten, die hätten in ein paar Tagen nochmal eine Überraschung für uns. Deswegen gehen wir jetzt nochmal hier hin. Ups, Zorio. Hexer, steh dich. Wir haben etwas für dich. Stock und Peitsche für die Aufrührer. Versprochen. Unsere Herzogin wünscht Ruhe und... Ah, Hexer, sei gegrüßt. Nett, dass du kommst. Mathilda und ich haben eine Überraschung für dich. Schaut es gut zu gehen. Hm, ihr scheint ja miteinander auszukommen. Oh ja. Wir haben begriffen, dass die Streiterei sinnlos ist. Es ist wirklich angenehm geworden. Und aufregend. Und romantisch. Ich verstehe schon. Schön, dass es gut läuft bei euch. Was für eine Überraschung. Habt ihr mal wieder ein Monster im Schrank? Nein, es ist viel schöner. Wir haben einen Wein gekeltert, von dem die besten Sommeliers meinen, er könnte Est-Est entthronen. Das haben wir dir zu verdanken. Deswegen, wenn du einverstanden bist... Wir möchten ihn nach dir benennen. Wie soll er heißen? Wie war es mit Weißer Wolf? Warum nicht Weißer Wolf? Wild und charaktervoll. Das passt perfekt. Wenn du nichts dagegen hast, werden wir dir regelmäßig ein paar Flaschen schicken. Ich würde mich geehrt fühlen. Danke. Wir haben zu danken. Alles Gute, Hexe. Okay. Gut. Nett. Hab noch ein Wein in unserem Namen bekommen. Das nehmen wir, glaube ich. So. Äh... Das gehen wir, glaube ich, nicht in einer Folge hin. Vielleicht machen wir mal Rittergeschichten. Genau. Wir hatten mal ein Schreiben von einem Holztweller gefunden. Der meinte, er brüchte Hilfe bei irgendwas. Und wir sollten uns nur melden, wenn wir wirklich ein ehrenwerter Typ sind. Und wir sind das auf jeden Fall. Ja, also... Wir sind nicht nur Hexer, wir sind nur noch Ritter, Turniersieger und haben mehrmals bewiesen, dass uns den 5 Rittertugenden zugehörig führen. Also, wer außer uns sollte diesen Auftrag sonst machen? Seien wir mal ehrlich. So. Gehen wir mal da hin. Äh... Duh, duh, düh. Ah, Casteravello. Dazu Schotthöhle. Na, geh mal. Casteravello. Dazu vielleicht ist es besser, dass du nicht auf diesem Bild aufgetaucht bist. Was, ähm... Hey! Wäre noch schwieriger zu erklären gewesen, warum ich da auf einmal nackt drauf sah. Ein bisschen was an professioneller Distanz sollten wir, glaube ich, schon halten, oder? So. Dann wollen wir mal mit dem Holzfäller reden. So, glaube ich, was darf. Bei den Ge... Bist du Jakob? Bei Fußmorholt. Bei Fußmorholt. Platz. Wer will das wissen? Ein Hexer. Ich habe deinen Aussagen gesehen. Warte mal. Ein Hexer, sagst du? Wie Luis Herreras Sagen und Legenden? Beim grünblütigen Kobold. Was für ein Glück! Weißt du, keiner glaubt mir, dass dieser Baum Daphne ist. Die verfluchte Dame aus der Sage. Aber du... Du könntest den Fluch brechen. Bist du nicht zu alt, um an Gute-Nacht-Geschichten zu glauben? Soll ich dir das Maul stopfen, Hexer? Wie alt ich bin, geht dich ein Schweinefurz an. Die Runde geht an dich. Und woran du glaubst, geht mich auch nichts an. Hm. Gut, dass wir uns einig sind. Wie kommst du darauf, dass ein verfluchtes Mädchen in dem Baum steckt? Tja, ich bin mit meinem Hund Morholt hergekommen, um ihn zu fällen. Hab mit der Axt zugeschlagen. Sie tief im Stamm vergraben. Verflucht noch eins. Da ist auf einmal Blut rausgequollen. Mir ist die Kinnlade runtergeklappt. Aber dann wurde es mir klar. Das steht alles in Daphne, Gareth und die Hexe vom Luchsfelsen. Lass mich raten. Aus Herreras, Sagen und Legenden? Darauf kannst du einen lassen. Zweite Auflage, erweitert. Oktavformat. Ich kenne die Geschichten auswendig. Meine Oma hat sie mir vorgelesen. Bestimmt von vorne bis hin. Und auch die Nachschrift. Du hast mich neugierig gemacht. Glaubst du wirklich, die alten Geschichten sind wahr? Willst du mich verarschen? Hältst du mich für blöde? Nein. Es sind nur finstere Zeiten. Da ist kein Platz für Ritter reinen Herzens oder glückliche Enden. Leute wie du sind selten geworden. Ja, stimmt. Die Zeiten sind beschissen. Aber für mich ist das ein Grund mehr, mich an die Geschichten zu erinnern. Meine Oma würde sagen, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, denk an den Ritter zum Schach und die edle Alondra und frag dich, was sie tun würden. Ich habe es so verinnerlicht, dass ich gar nicht anders kann, selbst wenn ich es wollte. Lass mich den Baum mal ansehen. Aber vorsichtig. Ja, ich habe keinen... Ich habe nicht vor, irgendeine Axt da rein zu treiben. Ist das ein Weinen im Rascheln der Blätter? Er blutet tatsächlich. Sieht aus wie Menschenrechte. Und die Rinde, die schlecht verheilte Narbe. Das Medaillon vibriert wie verrückt. Da ist starke Magie am Werk. Blut aus Richtung des Baums, wenn ich mir die Form des Flecks so ansehe. Er blutet tatsächlich. Sieht aus wie Menschenblut. Und die Rinde, wie schlecht verheilte Narben. Das Medaillon vibriert wie verrückt. Der Holzfäller war schnell. Er ist starke Magie am Werk. Die Weide steht allein. Keine anderen Bäume in der Nähe. Und? Hast du dir den Baum angesehen? Richtig? Mhm. Er blutet tatsächlich. Ziemlich unglaublich. Sieht verrückt aus. Hab ich's nicht gesagt? Ich helfe dir. Aber erst muss ich rausfinden, wo ich anfangen soll. Brauchst du nicht. Ich weiß alles. Fräulein Daphne und Ritter Garret waren schrecklich ineinander verliebt. Doch um sich ihre Hand als würdig zu erweisen, musste sich Garret der Hexe vom Luchsfelsen stellen. Bevor Ritter Garret zu dem Hügel ritt, gab ihm Fräulein Daphne ihr Tuch als Zeichen ihrer Gunst. Lass mich raten. Er ist nie zurückgekommen. So ist es. Sie wartete. Tag für Tag. Nacht für Nacht. Hielt Ausschau nach ihm. Bis sie Wurzeln schlug und sich in einen Baum verwandelte? Warum? Ich will dir sagen, warum zum Teufel. Um da zu sein, wenn Garret wiederkehrt. Das Tuch in der Hand. So stark ist die Liebe. Die Sehnsucht. Du musst auf den Luchsfelsen steigen. Und etwas finden, das Daphne befreien kann. Ich geb dir mein Geschichtenbuch mit. Viel Glück, Hexer. Hm, interessant. Plätze. Komm schon, Plätze. So. Wir wollen zu diesem Felsen. Plätze. Ist da noch irgendwas auf dem Weg? Waren wir hinten schon? Ähm, jetzt. Vielleicht können wir auch eben noch hier untersuchen, was hier abgeht. Schick dich, Rattenprinz. Mir bleibt keine Wahl. Alle gemeinsam. Zugelang! Du madenärtiges Monster! Geh einen Dackelpöbel. Fast zum Zappel. Wiedersehen. Da haben sie noch mehr. Du wachst es auf mich ein, zu Hause! Auf mich? Auf ihn, Männer! Geh einen Dackelpöbel. Geh einen Dackelpöbel. Geh einen Dackelpöbel. Geh einen Dackelpöbel. Noch mehr? Geh einen Dackelpöbel. Kasse zu schieben. Na gut, tanzen wir! Irgendein Arzt Magier! Sack und Beute, Ratte! Komm her, ich kratz dir die Eier! Vorsicht! So, dann jetzt aber weiter auf diesen Felsen. Ich glaube nicht. Nein, nur ein Hexer auf der Durchreise. Nach dem Willen des Propheten. Er hat dich geleitet und deine Schritte hergelenkt. Wenn du meinst. Wie sollen wir dich nennen, Held? Ich bin Geralt. Geralt von Riva. Geralt! Wie herrlich und heilig das klingt! Hungert und dürstet dich nicht? Kennst du dich mit der örtlichen Geschichte aus? Ich habe in der Gegend ein paar Elfenschriftrollen gefunden. Diese Schriften erzählen, was den Elfen zugestoßen ist, die hier in Fuchstal gelebt haben. Damit kenne ich mich nicht aus. Nun, möchtest du was essen oder trinken? Hm, lass mich mal sehen, was hier serviert wird. Äh, ich kaufe, glaube ich, noch einen davon. Wo gut ist. Alles Gute. Ich vermisse dich jetzt schon. Ich nicht. Ach, ich würde hier gerne mal durchmachen. So. Gut, dann weiter auf zum Luchshelsen. Du hast den Hals für uns hingehalten. Für das einfache Volk. So, und Geralt tut uns, als wir dann Schwert in der Hand halten. Jetzt nicht mehr, okay? Du hast auf jeden Fall einen Höhlenangang unter uns. Vielleicht sollten wir uns da mal umschauen. Wie tief unter uns ist das denn? Ein Stückchen. Oh. Das war dann doch höher, als ich dachte. Kikimon, na super. Zupa. Hm, 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 hm. Ich würde sagen, mal die Arte stören. Ich würde sagen, mal die Arte stören. Ah. Hm, das ist auch ein Eingang. Aber warte, oben sind wir hier. Na gut. Ich würde sagen, mal die Arte stören. Ah. Ich hatte nicht gehofft, in der Höhle was Bestimmtes zu finden. Entweder habe ich es übersehen im einfachen Gefechts, oder? Das ist hier gar nicht. Oh, deswegen sorry, wenn ich nochmal hier hingehe. Aber anscheinend habe ich auch einiges übersehen. Machen wir da, ist noch was. Ein Skelett und Teile einer alten Rüstung. Wer das wohl war? Anscheinend Ritter Gareth. So, dann nehmen wir mal das. Irgendwie möchte ich uns die Wegführung einmal komplett um den Berg herum führen. Ich dachte, wenn ich den hier weiter oben nehme, den Ausgang, dann kann ich mir Weg sparen, aber offensichtlich nicht. Eine Hütte, die der Hexe. Ich weiß nicht, was die Hexe mit sowas alles macht. Die Hütte sieht bewohnt aus, aber es ist niemand da. Ich sehe mich besser mal um. Warm. Riecht nicht eindeutig. Keine Ahnung, was da drin ist. Notizen über die Nutzung von Schafgarbenstilen. Interessant. Schafgarbe wird hauptsächlich zu medizinischen Zwecken genutzt. Wie bereits oben erwähnt, teilen die Blätter dieses Krauts, wenn sie auf den Körper gelegt werden. Alle möglichen Arten von Verletzungen, Wunden und Schmerzen. Die aus dem Sud entstehende Tinktur ist gut gegen gewöhnliche Erkältung, Koliken und Appetitlosigkeit. So wie zwischen Heiligenschaften können die Stile der Schafgarbe zum Wahrsagen benutzt werden. Die Art der Weisshagen mag vielleicht seltsam erscheinen, ist aber in Wahrheit einfach und effektiv. Man kann sich wirklich auf eine Frage konzentrieren und hat eine genaue und auch befriedigende Antwort. Also, hier ist die Geschichte von dem Ritter Gareth und Fräulein Daphne. Sie liebten sich einander so sehr, dass es schmerzte. Um die Zustimmung seines künftigen Schwiegervaters zu erlangen, musste Gareth sieben Herausforderungen bestehen. Die siebte war die schwerste. Gareth musste zum Luchsfelsen, die Hexe finden, die dort wohnte, und sie überreden, die Dürre zu beenden, die das ganze Land plagte. Daphne und alle flehten ihnen an, die Hexe mit Demut zu begegnen. Denn die Hexe vom Luchsfelsen war boshaft und eigenwillig. Selbst eine Hexe und die wirklich wahre Demut konnte ihr einziges Herz erweichen. Gareth aber wollte das Knie nicht vor einer Hexe beugen. Stattdessen wollte er sie zwingen, den Fluch aufzuheben. Jemand weiß, was beim Luchsfelsen geschehen ist, aber Gareth kehrte nie wieder zu seiner Liebsten zurück. Daphne stand auf dem Hügel und hielt Tag und Nacht Ausschau nach ihm. Und sie verhandelte sich in einem Baum, damit sie den Rückkehr ihres Lütters erleben konnte. So groß war ihre Sehnsucht und ihre Liebe. Jeder, der im Baum mit einer Axt verletzte, sah Blut aus der Wunde sickern. Nach und nach mieden die Menschen den Ort. Und Daphne konnte in Ruhe auf Gareth warten. Im Laufe der Zeit gerät sie bei allen in Vergessenheit. Lieber Jonas. Kunst der Verwandlung. Zu Staub zermahlende Knochen. Eine Wand mit Zauberbauelementen oder Trophäen. Ein Pfeil in der Mitte zerbrochen, hat dem Schützen kein Glück gebracht. Der Zweig einer Weinrebe, vielleicht um eine gute Ernte zu beschwören oder eine schlechte. Diese Puppe sieht wie ein Hilfsmittel aus, um Flüche zu sprechen. Ein Seidentuch, bestickt mit den Buchstaben D und F. Damit könnte ich den Fluch brechen, wenn es Daphnes ist. Eigentlich verlieren sich nur Wildkatzen hierher. Aber es scheint, als hätte ich einen weitgereisten Gast. Was suchst du hier? Ich hab's schon gefunden. Du willst doch nicht den Flug auf dem Baummädchen brechen, oder? Und wenn doch? Dann solltest du wissen, dass du deine Zeit verschwendest. Die alten Legenden. Hat sie dir deine Oma nicht erzählt? Selbst für mich, die Hexe vom Luchsfelsen, wäre es kaum zu schaffen. Die Macht der Liebe und der Sehnsucht zu besiegen. Der Ritter, der zu dem Mädchen gehörte. War er hier? Ritter Garrett? Ja. Er wollte mich besiegen. Hat sich's dann aber anders überlegt. Genauer gesagt, nach der ersten Nacht bei mir. Er blieb eine ganze Weile hier. Dann hat ihn sein Gewissen übermannt, und er wollte zurück zu seiner Geliebten. Er wollte vielleicht, aber er hat es nie geschafft. Unterwegs geschah ein tragisches Unglück. Hattest du irgendetwas mit diesem Unglück zu tun? Aber klar. Sollte ich etwa einen Mann, der mir gehörte, einfach einer anderen überlassen? Ich glaube, ich kann den Fluch selbst sprechen. Um den Fluch kümmere ich mich, ohne deine Hilfe. Dann mal los. Viel Glück dabei. Du lässt mich gehen. Einfach so. Es gäbe kein besseres Ende für diese kleine Geschichte. Ich glaube, wir können diesen Fluch brechen, wenn wir den Baum und damit Daphne halt irgendwie davon überzeugen können, dass ihr Geliebter nicht mehr zurückkehrt. Sollte es zumindest keinen Grund mehr geben, auf mir zu warten und sich so als Baum aufzuhalten und so einen Spaß. Äh, Plätze. Los, los. Ups. Ja, ich weiß, da die Treppenstufen runter, sorry. Und jetzt hier über den Fluss. Warum liegen hier so viele Leute auf der Brücke? Danke für deine Hilfe, Schlosserke. Jakob, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Und? Du hast die Hexe getroffen, ganz bestimmt. Was hast du erfahren? Ich kann den Fluch brechen, sie befreien. Durch ein Ritual, bei dem ich ihr Tuch und Garits Überreste opfere. Aber der Zeitpunkt muss stimmen. Wenn die Stunde naht, zünde ich vier Feuer für die vier Winde an und beginne mit dem Ritual. Feuer? Dann kann ich dir ja doch helfen. Du wirst Holz brauchen. Viel Holz. Hacke so viel du kannst. Ich kümmere mich um den Rest. Ich habe das Holz gehackt und gestapelt. Was jetzt? Jetzt bin ich dran. Ich zünde die Feuer an und rede mit der verzauberten Frau im Baum. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Also bleib lieber in sicherer Entfernung. Und wenn ich mein Schwert ziehe, renn weg. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. So, wie es geht? Hoch im Norden die Stille verfangen. Tief im Westen tote Augen prangen. Beend die Wacht. Er ist gegangen. Höre mich, die du unter der Rinde verborgen bist. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Sieh nur, ein Tuch, der Beweis eurer Liebe füreinander. Sieh, ein Knochen von dem, dem du deine Liebe gabst. Gareth, mein Gareth, er wird nie zurückkehren. Nein, das wird er nicht. Ist seine Liebe für mich erloschen? Ist er mir treu geblieben? Nein, die ehrliche Antwort ist, das war ja nicht. Gareth hat seinen Schwur gebrochen und ist dir nicht treu geblieben. Der Mensch besteht aus Erde und Schmutz. Er scheitert schnell. Wir alle tun es. Wie grausam ist die Welt, die Liebe so sehr auf die Probe zu stellen. Aber was wäre die Welt ohne Liebe? Meine Zeit ist gekommen. Ich habe zu lang gewartet, zu sehr gelitten. Und jetzt möchte ich gehen. Ich danke dir, Fremder. Und dir, mein Ritter, danke ich, dass du mit mir gesprochen und zu meinen Füßen gewacht hast. Ich hätte nicht gedacht, dass es so endet. Ich hätte sie gern wieder zum Leben erweckt. Aber es sollte wohl nicht sein. Wir haben getan, was wir konnten. Das hast du gut gemacht. Hier, eine Bezahlung. Und das Buch. Danke. Pass auf dich auf. Bis dann, Hexer. Ich muss nachdenken und all das verarbeiten. Gut. Tschüss, Morrold. Gut, dann werde ich jetzt an dieser Stelle die Folge beenden. Ich werde jetzt noch ein bisschen offscreen halt unseren ganzen Krams loswerden, den wir nicht brauchen. Und sowas. Nochmal eine Runde zu Hause ausruhen. Und der ganze Spaß. Damit wir dann beim nächsten Mal mit dem Ende von Blood & Wine beginnen können. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.